Ach Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Luigi's Mansion 2. Oh yes, okay, 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 also, das, was ich mir wähle, ist so eine Sache, es sollte sich irgendwo im Dachstuhl befinden und ich glaube, da kommen wir erst noch hin. Das hier, hier bist du ja Dachstuhl halt, ne? So, sorry, dass ich das hier vergessen habe. Mann, wie doof. Okay, alles klar, das hätten wir. So, und dann, wie gesagt, bevor wir den Boss ja dann nachher erst machen, werde ich ja, werde ich ja nochmal die Buwus finden aus den ersten drei. So, das sollte aber relativ schnell gehen, weil ich muss ja dann einfach die Mission ganz ratzfatz beenden und so, weil alles andere steht ja dann schon. Und in einer der ersten drei werde ich, glaube ich, nochmal in der Lage sein, auch das andere fehlende Juwel zu finden. Weil, wie gesagt, dafür muss ich irgendwie der Statue in der Eingangshalle den Kopf abnehmen, bloß das geht hier nicht mehr. So, mal gucken. So, okay, Dachstuhl. Hier ist immer das letzte Juwel, deswegen sauge ich jetzt mal noch nicht so viel auf. So, D-Dem-Bumm. Noch nicht so viel Spinnenweben, weil dann ist es ja vorbei, ey. Ja? Alter, das war fast wieder ein Tausender voll, ey. Ich hab'n Tausender voll. Dann kriegt der dann wieder ein Special. Ah! Alter! So ein 3D-Gag, ja? D-Dem-Badum. Boah, das sieht ja hier aus. D-Dem-Badum. Hat der da an seinen Dings dran? Okay, ein bisschen was muss ich machen. So, ähm, ja, ich glaube, ich lasse echt mal absichtlich das Netz da noch hier. So, oh Gott. Oh Gott, stimmt ja, das war jetzt hier so ein Spaß. Äh, hier muss ich ja aufpassen. Und mich ein bisschen mit dem 3DS-Sensor das Gleichgewicht halten. Oh Gott. So. Na, was haben wir hier? Äh. Okay, was ist das denn hier? Nichts, okay, dann lass mal. Also, Feuer. Kriegen wir hin. Zack. So, und Schwung. Okay. Wieder etwas kaputt gemacht. Äh, halten komme ich nicht hin. Okay, wartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie das hier aussieht. Du, 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 du. So. Äh, äh. Und, zack. Aber irgendwie, jetzt fehlen noch zwei Dinger. Aber irgendwie, hier muss irgendwo das, das letzte Juwel sein. Ich weiß bloß nicht wo. Äh. Ach so, oh, wie fies. Guck mal, jetzt, jetzt einfach noch weiter ist er gemein. Einfach noch, swut. Und, okay, aber das muss man so ja machen. Und dann, da ist das. Okay. Jawohl. Yes. Gut. Okay. So, dann mal aufheilen hier. Dann können wir jetzt die Müschen eigentlich beenden. Die voll kaputten Ritterstatuen hier. So, dann mal Feuer. Hast du mal Feuer? So. Zack und. Brutzel, Brutzel. Das ist das hier, eine Kanone? So, okay, ja. Das ist ein Bescheid. Ich habe das dann mit Absicht gemacht. Ich muss leider noch mal den Weg zurücklatschen. Den brutalen Weg. Aber ich hatte Angst, dass, ne, die Mission einfach aufhört. Obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Oh, na du Ichi, nein. Nein, 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 nein. Nein. Wow. Komm, so schlimm wäre es gar nicht, wenn du runterfällst. So tief ist das jetzt nicht. Oh. Wie gesagt, ne, Gleichgewicht halten, indem man den 3DS bewegt. Oh. Okay, gut. Und. Zack. Yeah, that's what I do it. Okay. Geschafft, Leute. Brutzel, ihr gitt. Ruf mal an. Oh. Ruf, Brutzel, ihr gitt. Nicht an. Ich wollte schon so. Oh. Ungünstiger hätte er jetzt nicht anklicken können, ey. Dum, 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 dum. Yelom. Famos, Luigi. Damit sollte den Krabblern die Spinnerei vergangen sein. Jedenfalls haben wir fürs Erste Wichtigeres zu tun. Ich konnte nämlich den Ursprung der ganzen Spinnenplage ermitteln. Ich woxle dich zurück, dann erfährst du alles. Okay. Yes. Oh, yes. So, jetzt muss man. So, jetzt muss noch eine kleine Boohoo-Jagd. Ah. Oh. He, he. Dam, bam, 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 bam. So, ich habe bestimmt zu lange gebraucht, ne? Es ist sogar, es ist sogar Rang-Gold. Yes. Yeah. Ob er sich freut. So, und, bam. Oh, wow. Oh, wow. Ich weiß gar nicht. Kriegt man irgendwas, wo man Rang-Gold hat? Weil das könnte ich ja eventuell, sollte es da irgendwas geben, könnte ich ja eventuell offscreen die ganzen Missionen alle nochmal auf Gold machen. Nur für den Fall, dass es sowas gibt. Das ist ja dann bloß, ne? Einfach nur Skill-bedingt. Und, und ich darf anscheinend einen Schaden von 20, darf ich sogar haben. Ui, aui. Autsch. Willst du denn, Mann? So, saubere Landung, mein Lieber. Hast du mir auch ein paar Geister mitgebracht? Na, sogar wieder einen neuen Boo. Aha. Den Schubidididoo. So. Erstmal ganz viele Juwelen. Ja, bam, bam, bam. So, der Bist jetzt wieder voll sein, oder? Ja, ja, neues extra verdient. Und was ist das für eins? Düsterlampe wurde verbessert. Stufe 2. Jetzt haben wir einfach eine längere Ausdauerleiste, eine längere Düsterlampeleiste. Genau. Düsterlampen... Lampenisolation. Jetzt überhitzt deine Lampe nicht mehr so schnell. Toll, oder? Genau, weil... Ihr habt ja mal gesehen, dass... Stupp, die Leiste da weg geht. So. Okay, Leute, jetzt Boo's, ja. Ich habe während deiner reine Macherunde eine formidable Entdeckung gemacht. Ein paranormales Signal von unglaublicher Stärke tief im Inneren der Villa. Ich weiß ja nicht, wie es dem Paraskop so lange entwischen konnte, aber... Nun ja. In jedem Fall steht es zweifelsfrei mit der Spinneninvasion in Verbindung. Nein. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich den Ursprung des Signals präziser geortet habe. Aber sobald ich es geschafft habe, darfst du dich gleich ins Vergnügen stürzen. Freu dich schon mal. So. Zack. Oh. Na, 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 na. So wird alles cool. Und hier die Wurzel des Übels. Sobald das ist die Endboss-Mission, die wir noch nicht machen, denn ich muss hier nochmal drei Boohoo-Missionen machen. Also die drei Missionen muss man quasi zwangsläufig echt nochmal wiederholen. Okay, das geht jetzt aber hoffentlich schnell. Ja, wenn das mal... Ach so, ja, okay. Überspringen. Haben wir alles schon gesehen, ne? Alles schon gesehen. Jawohl, wir müssen den Boohoo uns schnappen. Weil wir machen die Missionen halt echt mit allem, was wir jetzt haben. Also auch schon der Düsterlampe. Voll nice. Du, du, du. So, kann ich auch gleich lang rennen. So, versuche die Garage. Ja, ja, ja. Auf hier die Tür. Ah! Ich hab so Angst. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon den Helm absaugen kann. Ich guck mal. Hallo. Ach so, stimmt, ja. War ja so. Da brauch ich ja einen Schlüssel von der Maus. Oh, wartet mal. Es hieß ja, dass ich hier nur in der ersten Mission was rauskriege. Ah. Guck mal da. Money over here. Okay. So. So, war noch mal die olle Maus. Die ist doch hier irgendwo rumgerannt, ne? Wartet. Hier kann ich jetzt alles schon... Alles einfach schon aufmachen. Da, 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 da. Hm. Oh, Mann, wie es hier regnet. So, ach ja, ich muss ja, glaube ich, erst mal... Ich glaube, ich muss ja da durchgucken. Sonst kommt die Maus nicht. So, ja, bla, bla, bla. Mann, seid ihr ja lustig. Oh. Hm. Okay. Sorry, das geht nicht zu überspringen. Nee, erst mal auf den 3DS guckt. Auf den DS guckt. Juhu. Oh, Mann. So, okay, alles klar. Oh, mein Gott. Ich scheiße mir in die Hosen. So. Maus, wo bist du? Ja. Ja. What the... Oh. Luigi, mach doch einfach... Mach doch einfach so zu. Luigi. Luigi. So. Hey. Okay. So, okay. Dann, dann... Okay, okay, ja, schon okay ist, ne? So, schon die Türentwurf machen. So, zack. Wie geht das jetzt denn schon? Wartet mal. Ja, guck mal da. Genau, es ist der Kopf nämlich ab. Oder? Na, komm schon. Wie, gerade ging auch gerade dein Kopf ab? Äh. Wie die Figuren sich angucken. Ich muss halt so einen Kopf dahin... Die gucken ja voll hinterher. Hallo. Okay, es geht, glaube ich... Wartet mal. Wie... Wo war denn hier meine... Juwelensammlung? Konnte ich die noch gar nicht angucken. Warte mal, wie... Oder... Also, eigentlich krieg ich den noch hier noch nicht. Dann war das vielleicht echt missionenspezifisch. Okay, auf jeden Fall ist aber hier der Wuru drin, ne? Hier. Dafür muss ich erst mal... Nur das hier wegsaugen. Und hier... Ah. Einfach so ein kurzes Rad. So. Und... Na, zack. Oh, da ist noch einer. So, da ist er! Oh, wer bist du? Na, bereit mit mir eine flotte Sohle aus dem Parkett zu legen? Let's dance! Boogie Woogie! Ähm. Na, wo ist er? So. Let's Boogie Woogie! Haut er raus! Jum, 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 jum. Alter. Er lebt aber noch. So, gleich nicht mehr. So, komm her. Zack. Okay, schön viel Money einsammeln. So, komm her. Äh, äh, äh. Bum! Geil. Okay. Das war's. Dann machen wir schon das Ding hier auf. So. Ja, ja, überspringen. Äh, einen zweiten Staubsauger gefunden. Äh, ist das. Gön, Mann. Vielleicht geht's auch erst jetzt. Weil ich glaub, der Mission ja jetzt erst das Ding habe. So, ja, ciao. So. Okay. Komm, jetzt mach doch mal hier den Helm ab. Aber es geht ja nicht echt, dass in der zweiten. In einer der Mission, die uns noch bleiben, muss ja gehen. So, denn wer soll denn darauf kommen, ey? Denn den Kopf dagegen... Ach, guck mal, doch, da leuchtet's ja sogar. Ich hab's ja gerade funkeln gesehen. Aus dem Bild, da ist das fies. So fies. So, ich glaub, ich muss die Mission ja doch echt immer, immer noch schaffen. Immer erst, sonst, äh... So. Oh Gott, ey. Das schöne Mann, ey. Äh, äh. So, der hat ja drücken... Der hat ja einen Schlüssel für uns. Das ist ja gerade gar nicht. Dam, didam, didam, badam. Nee, äh. Hm? Wollen wir alles nicht mehr machen? Alles schon gesehen? Achso, stimmt, der hat ja mal Schlüssel. Glaube ich, muss ich wieder zurück. Professor, ich kann's mir nicht einfach abholen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das... Ob das geht, dass ich jetzt einfach schon wieder abhaue. Didi-di. Äh. Das passiert auch nix. Didi-di. Das ist zu. Didam, bam. Ähm, achso, Mensch. Jetzt wollte ich doch zu schnell da raus, ich war. Wow. Warum sind die Münzen ja eigentlich eckig? Egal. Didi-di. So. Alles klar. Komm her. So. Ach, Leute, ich wollte euch auch noch was fragen. Äh, gut, die Frage kommt jetzt ein bisschen spät, so was hätte ich eigentlich im ersten Part fragen müssen. Ne, und zwar, ähm, wer hat denn von euch Luigi's Mansion in der Erstauflage? Ähm, Erstauflage deswegen, weil... Wusstet ihr das eigentlich, dass, ähm... Ich hab auch mitgehört, dass das viele gar nicht wussten, aber die... Die Erstauflage hat ja ein dunklen, leuchtendes Cover. Da sind halt so... Da sind so Geister drauf, die dann irgendwie... Ach, Mensch. Didi-di. Was denn jetzt? Schon wieder? Da war's das? Äh, die Tür kannst du nicht mal springen machen. Ne. Äh, da sind so Geister drauf, die so leuchten und die Überschrift, das Logo leuchtet auch im Dunkeln, wenn man das natürlich erstmal vorher anleuchtet und so ein hell macht. So... Wow, 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 wow. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ding, dum, bam, bam. Ach, Mensch. So, ja, tut mir leid, dass wir echt die ganzen Missionen immer nochmal neu machen müssen. Aber... Muss man mal machen. Was mach ich jetzt überhaupt nicht? Ich brauch doch... Ich brauch einen Schlüssel. Wow. Zschung. Hm. Wow. Das Geld kann ich auch trotzdem mitnehmen. Ah, den Buhu hab ich... Hm. Wo war denn jetzt hier noch ein anderer Schlüssel? Ding, ding, ding. Wow. Ach so, ich hab das nicht ausgemacht. So, alles klärchen. War das noch hier? Da geht ja gar nicht anders. Ähm. Ding, ding, ding. Ah, okay, der Knochen haben wir wieder. Naja. Ding, 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 ding. Hey, wo soll ich jetzt nochmal hin? Nee, der Hund macht ja auch nichts. Ach, wenn man schon mit den ganzen Missionen abgeschossen hat, ey. Man will doch bloß mal für die Buhus das machen. Die Buhus. Ich find jetzt ein Pistall hier. Ähm. Hä, es muss doch irgendwie... Zählen wir wohl nochmal eine Maus oder sowas. Äh. Das hätte ich aber auch Professor Egith hören sollen. Dass der mir sagt, wo ich nochmal hin muss. Ach, warte mal. Ich hab ja hier meine Mission, oder? Geh auf Geisterjagd. Ja. Würde ich ja gerne, aber dafür muss ich hier hin. Mann! Warum geht die Tür nicht auf? Oh Gott, nochmal die ganzen Missionen durchspielen. Aber ohne sich großartig umzugucken. Das passt doch. Hä? Wo wollen die denn jetzt nochmal, dass ich hingehe? Ding, ding, ding. Ich brauch noch irgendwo einen Schlüssel. Oder soll ich einfach wieder abhauen? Professor Egith. Ist auch schon alles erledigt. Mh. Du, du. Vielleicht nochmal durchgucken. Vielleicht muss ich da durchgucken. Äh. Nö. Vielleicht sind sie jetzt da. Nee, hier ist sogar kein Ausrufezeichen mehr auf der Map. Äh. Okay, da brauchst du mich doch heim. Wir brauchen so viel Zeit hier. Eigentlich soll man ja hier die Geister sehen, oder? Äh, ich bin jetzt echt gerade ein bisschen... Was war denn das nochmal? Missionen-Neustart zum Unterschlupf. Nee, da wird alles wirklich gelöscht. Ähm. Äh. Oder war das jetzt irgendwo an der Seite drinne? Nee, der ist wieder noch. Ey, Kumpels. Lass mich mal durch hier. Dankeschön. Ich hab doch hier schon alles durchsucht. Oh, Mann. Warte, die eine Juwel ist echt gemein versteckt, muss ich ja mal sagen. Warte, jetzt vielleicht doch hier... Nee, hier kann ich auch noch gar nicht langweilig, dass sie noch gar nicht haben hätte können. Ach so. Alles klar. Njung, 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 njung. Sorry. Das hat länger gedauert, als es sollte, aber die Mission müsste gleich zu Ende sein. So. Ah. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Ich glaube, dann wird der nächste Part... ...wird halt leider nochmal die zwei Buu-Missionen in Anspruch nehmen. Und dann haben wir aber alle Buus und haben alle Kristalle. Hoffentlich hab ich hier ran. Ah, das wird cool. So, dann muss ich bloß nochmal kurz die Geister jagen, ne? So. Äh, okay. Strohboblitz holen? Kein Problem. Und ist das denn nicht mal vorbei? So, ganz, ganz schnell. So. Schön, wie wir schon alles haben. Das ist doch cool. So. Ja, ist alles richtig. Professor Egyp nimmt sich mal wieder zu richtig. Hallo. Oh, cool, Mann. So. Finde den Strohboblitz. Okay. So, jetzt muss ich hier wirklich bloß noch... ...dass ich hier nochmal groß... ...verschaffen, denn es ist da nicht, oder? Aua. Ich schau wieder. Wie war die Geräusche? Quääh. So. Aua, spannend ist mir den Teppich auszusehen, direkt gesaugt. So, komm her. Na. Na. Aua. Ich. Huh? Hm? Wow. Ähm. Er ist echt gegen Elfer gegen die Wand geflogen. So. Okay. Steck ich jetzt zu ihm. Hopp. Und hoffentlich ohne Schaden. Vielleicht habe ich ja auch eigentlich Gold. Das wäre cool. Ah. Oh mein Gott. Ah, he, he. Was lachst du mich aus, Mann? So, komm her. Ach, tschüss. Tschüss, Jungs. So, stopp. Okay, wo ist noch einer? Wo ist hier noch einer? Da ist noch einer. Ja. So. Oh. So, kurz im Prozess hier. Oh je. Oh je. Hm. Hm. Ich wollte gerade schon sein. Mach mal die Tür. Oh. So, jetzt hier die letzten. Oh. Verdammt. So, und. Oh. 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 Mist. Ich wischte mal noch einen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Wie er ankommt. Wie er wieder abhaut. Oh, das kann man ja. Und tschüssi! Okay, das dürfte es gewesen sein. Und damit ist die Mission erledigt und wir haben den Boo! Wir sind so cool, man! Der Boo-Boo ist jetzt unser Gefangener! Ach, famos gemacht, Luigi! Na dann, mal gucken, ob es Rang A wird. Ich habe diesmal keinen Schaden gekriegt. Und ich hoffe, ich war schnell genug. Ich habe es geschafft! Oh, überspringen geht nicht! Wir haben nur Rang Silber! Ich habe weniger Geister gefangen als vorher. Was? Mist! Wir haben den Boo-Hoo! Ich frage mal euch, Gibt es irgendetwas Besonderes, wenn man alle Missionen Rang Gold schafft? Dann überlege ich halt, die irgendwann mal off-screen zu machen. Aber wenn das nicht springt, dann nur persönliche Highscore und so. Da wird alles darstellen. Dann würde ich mal sagen, können wir uns das schenken. Und uns einfach nur auf die Story konzentrieren. Aber sehr schnell, es tut mir leid. Also, der Boss wird noch eine Weile dauern. Denn, wie gesagt, müssen wir jetzt zurück machen. Unversehrt, cool! Denn, ja. Zack, da haben wir den Boo! Und jetzt fehlen noch zwei Boo-Hoo-Welten. Ich weiß, wo die sind. Das sind jetzt nicht so die schwersten Boo's. Und darum kümmern wir uns aber erst im nächsten Part. Und ich hoffe, dann kriege ich auch den letzten Kristall mit der ollen Statue da immer in der Eingangshalle, die irgendwie nie funktioniert. Mann! Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Part von Luigi's Mansion 2. Tschüss, Mann!